Das absolute Must-Have aus der Kollektion, die wir zusammen mit The Caribbean Magazine entwickelt haben, ist diese Lederjacke in diesem super tollen, handschuhweichen Leder. Ganz interessant und super fancy ist diese Farbe in diesem Rosé Nude. Die Jacke hat vorne einen Reißverschluss und hat hinten wunderschöne Details mit der Rückenabtrennung und den Abnähern, sodass die Jacke halt wunderbar auf Figur gesetzt wird. Bis zum nächsten Mal.